Eine Gaststube irgendwo in Bayern. So, hier ist Ihr Tisch, bitte nehmen Sie Platz. Machen Sie es gemütlich. Und hier ist gerade unser Sonderangebot, Frühstücksmix. Das heißt, wir haben das Klassik-Frühstück. Und Sie können sich die Sachen aussuchen, die wir Ihnen dann zusammen mixen. Haferl, Koffe, ja. Haferl, einmal. Nur Obstsalat. Also zweimal Obstsalat. Ein Haferl, einen koffeinfreien. Ja. Gut. Was? Es gibt Mix-Menüs nach Wunsch. Hier erst mal das Frühstück. So, wir starten einmal koffeinfrei für Sie bitte. Danke. Ein Haferl. Ja, danke. So, bitteschön. So, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ah, da bin ich richtig. Das wäre jetzt zweimal der normale Frühstücksmix. Mit zweimal Obstsalat. Dann fangen wir gleich mal an. Ja. Wunderbar. So, dann starten wir mit der doppelten Portion Orangensaft. Alles aus der Region natürlich. Dann machen wir da mal weiter. Dann machen wir da noch ein bisschen das Semmel mit rein. Dann mache ich gleich die doppelte Portion Marmalade noch mit rein. So. Das mag ich nicht. Bitte? Dann können wir bloß das zum Essen. Sie haben ja den Frühstücksmix bestellt. Ja. Wie wollten wir das? So, darf ich mal noch ganz kurz. Das geht ein bisschen besser. Weil der Kaffee ist ja auch. Sagen wir mal ein Frühstücks. So. 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 Jetzt ist es ideal für Gebissträger oder Kleinkinder. Ich möchte meine Butter und Marmalade und das Essen werden wir immer gegessen. Die Butter ist schon drin. Die Marmalade habe ich auch reingemacht. Also ist alles drin. Nicht, dass Sie glauben, es ist was Sie vergessen. Das iss ich nicht. Das ist ganz schön viel. Also grundsätzlich werden Sie da wahnsinnig satt. Ich möchte aber das nicht. Ich möchte das Essen mit Semmel und Butter und Marmalade. Schatz. Einmal. Zweimal. Nein, ist das nicht. Guten Appetit. Und zwischendrin einen Kaffee trinken. Ich esse das nicht. Ich möchte meine Semmel und mein Butter und mein Brot. Wahnsinnig. Sie haben das Mittags-Mix-Menü bestellt? Ja, genau. Okay. Ich würde gerne mit dem Zander anfangen. Passt. Ich habe mir nicht gesehen. Es geht nicht mehr so. Aus hart nach weich. Geht runter. Wie Öl. Wollen Sie Pommes dazu noch? Ach, nein, nein. Müssen wir das dann essen oder was? Einen guten Mahlzeit. Danke. Okay. Wir waren jetzt eher als wir waren. Das ist mixed. Das ist ungemixt. Ja, wir haben gemeint, mixed. Weißt du es auch so, kannst du was gemacht? Auf der Rückseite müsst ihr draufstehen. Was steht an? Gebissträger. Wie schmeckt's? Ja, schlecht ist es nicht, aber es ist Gewohnheit. Es ist Gewohnheit. Es ist Gewohnheit. Es ist Gewohnheit. Bei Ihnen da ist recht? Also optimale nicht. Ich ruge Ihnen Löffel, ja? Wir nennen das ja Smoothie Food. Ja. Es geht ganz, ganz leicht rein und auch ganz leicht durch und ganz leicht wieder raus. Es ist gut für die Verdauung. Das ist toll. Da gibt es keine Schwierigkeiten. So, schmeckt's? Ja, bis jetzt schon. Dann darf ich mal abkassieren bei Ihnen kurz? Ja. 2,95 mal 2 macht dann also 8 Euro. Schauen Sie einfach mal auf die Rechnung, dann wissen Sie genau, was es kostet. Verstehen Sie Spaß? Ich wünschte die Mädels, herzlich willkommen in der Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß? Ja, was? 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 Ja. Untertitelung des ZDF, 2020